Die französischen Zuckerrübenanbauer dürfen 2021 voraussichtlich wieder Neonicotinoid-gebeiztes Saatgut einsetzen. Auslöser für diesen radikalen und unerwarteten Politikwechsel ist die massive Vergilbung, die sich 2020 in den französischen Zuckerrübenbeständen bemerkbar gemacht hat. Wir, das heißt mein Kollege Paul Martin Pfeufer und ich, haben uns diese Schäden am 6. August in den Einzugsgebieten der Zuckerfabriken Sierry bei Reims, Assis-sur-Aube und in Conantre im Département Marne angesehen. Wir konnten auch mit dem Zuckerrübenanbauer Didier Blanquer, der an die Zuckerfabrik Sierry liefert, sprechen und uns bei ihm auf seinen Feldern die Schäden durch die viröse Vergilbung ansehen. Er berichtete uns, dass er trotz viermaliger Insektizid-Applikation die Schäden der virösen Vergilbung heuer nicht verhindern konnte und er geht davon aus, dass es ihnen in den befallenen Beständen bis zu 1000 Euro pro Hektar Verlust bringen wird. Didier Blanquer ist deshalb ein großer Unterstützer der Initiative des französischen Rübenanbauerverbandes CGB und der Zuckerunternehmen, die Notfallzulassung für Neonicotinoide auch in Frankreich zu erhalten. Just am Tag unseres Besuches hat das französische Landwirtschaftsministerium auf die Initiative reagiert und eine Pressemitteilung mit folgendem Inhalt veröffentlicht. Ein Konjunkturprogramm zur Wiederbelebung des Zuckersektors wird aufgelegt. Für Forschung und Entwicklung gegen die viröse Vergilbung werden 5 Millionen Euro zusätzliche Fördermittel bereitgestellt. Landwirte, die in 2020 Ertragsverluste erlitten haben, sollen Entschädigungen bekommen. Der wichtigste Punkt ist aber, dass die französische Regierung eine Gesetzesinitiative in die Nationalversammlung einbringen wird, mit der eine Notfallzulassung für Neonicotinoide für das Anbaujahr 2021 erreicht werden soll. Die kann maximal bis einschließlich des Anbaujahrs 2023 verlängert werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Gesetzesinitiative erfolgreich sein wird, denn die Regierung hat eine Mehrheit. Frankreich würde dann, ebenso wie elf andere EU-Mitgliedstaaten, die Verwendung von Neonicotinoiden in der Zuckerrübensaatgutbeizung wieder zulassen. Wir würden sagen, das ist ein Sieg der Vernunft, denn das Verbot der Neonicotinoide in der Zuckerrübensaatgutbeizung ist unwissenschaftlich und unökologisch. Durch das Verbot in Deutschland und die Notfallzulassungen in vielen anderen EU-Ländern wird die ganze Sache jetzt auch noch massiv wettbewerbsverzerrend und unfair. Am Ende könnte die eigentlich leistungsfähige deutsche Zuckerwirtschaft, Rübenanbauer und Zuckerunternehmen mit ihren Mitarbeitern, Marktanteile an andere weniger wettbewerbsstarke Konkurrenten verlieren, weil diese mit Ausnahmegenehmigungen und gekoppelten Zahlungen besser geschützt und gefördert werden. Das wäre fatal für den Standort Deutschland. Deshalb brauchen auch wir eine Initiative zur Notfallzulassung von Neonicotinoiden in der Saatgutbeizung der Zuckerrübe, bis die Pflanzenzüchtung eine Lösung für dieses Problem gefunden hat.